Einmal der gezielte Angriff auf das menschliche Bewusstsein, er schreibt, die Achtung vor der öffentlichen Diskussion wurde durch skrupellose psychologische Kriegsführung ersetzt. In den höheren Kreisen sind moralische Erhimmungen nur noch ein belangloser Faktor inmitten kalter Berechnungen, die der Kriegsmoral, nämlich der psychologischen Kriegsführung, gelten. Also der gezielte Angriff auf das menschliche Bewusstsein ist der eine Faktor. Der andere Faktor, den er nennt, ist der kollektive Gedächtnisverlust.